hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge television wieder mit dabei seht bei mir den antwort es ist jetzt viel ruhiger der lehrer stadt gewöhne ich mich nicht danke ihnen haben wir ärzte belegschaft vorräte vom garden so zuweisen die sind nicht von haus aus zugewiesen wir machen gleich wieder einen kleinen einsatz sprich eine nachschiebeschaffung und eigentlich überhaupt nicht traditionell wir haben schon wieder missgebaut worden ausfangen wenn der schießerei an wir lassen die leichte rei abkommst gleich welche ich werde doch gerne mit hochkommen weil die kommen wir auch nicht bleib da ich bin doch schon dabei Ja, das sind ein paar viele, hier hätte ich nicht gleich wählen können. Ich muss auch zwischendurch nachladen, ist das ein Problem. Das ist dieses Nachladen, mit dem du das sprichst. Ja, Nachladen halt. Weißt schon, Magazin raus und so. Hinter uns, Schnitzel, hier drüben, oder? Wer ist gestorben, kommt die zweite Welle raus. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist doch Kraftverkehrsgeläufe, ich erinnere. Aber ich geh da hoch. Ja, ich bin auch jetzt vorbeigelaufen, aber ich ging zu dir. Jetzt komm, sag. Ich bin da hoch. Oh, Hit und so. Oh. Bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Da ist nischt, wo ich in der Deckung gehen kann. Ja, ich hab auch nix. Ich bin da oben und bin down. Ich versuch da runter zu kommen. Ja, komm her. Ja, ja, bin schon dabei. Hab dich. Ja, danke. Ich bin schon wieder fast down. Leck, ich bin schon wieder down. Was ist denn jetzt los? Na, die lilan Jungs hier. Ich steh mal auf. Ja, danke. War's das? Ne, hinten ist's glaub ich, oder? Ne, doch, gerne noch Stiften gegangen. Ja, da ist doch noch einer. Ach ne, das ist einer von GTF. Gott sei Dank geht's hier auch mal so. Na ja, komm, du hast ja auch eine Minute und Leim auf den geschossen. Ja, stimmt. Ganz am Anfang, als wir mit dem LP angefangen hatten. Ja. 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 Den. Oh. 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 Also, beweisen Sie, dass ich mich irre und schaffe Sie ihn. noch mal als die vorherige Waffe. Also, ich hab die Waffe noch mal getauscht. Scharfschutz mit mir getauscht. Macht schon ein bisschen mehr Schaden als noch vorher. Ja. 32.000 auf Headshot. Ja. Definitiv. Wenn er crit ist. Joach. Ich hab crit 40. Nein, ich seh den Geld noch nicht mehr. Ich auch nicht. Jetzt läuft er weg. Joach. 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 das hat versteckt sich in dem bus versteckt das ist okay ich kann jetzt der ob der direkt unter euch aus der bus also weiß ich nicht kann die an fixen dass sie bis zu mir kommen man könnte die auch sehen nur die kompetenten aus der 1 zuckte sich in dem moment weg also der steht direkt unter der kämpfe ist ja er hat der eldo kommen hier der bus dass sie jetzt kommt Ja, ne? Ey, nur der kommt. Du willst doch nicht hinter der Ecke sind, wenn der Robo klettert auf den Knopf noch. Die Explosivgeschossen sind voll durchgezogen. Wie macht man die nochmal? Die Frau wird rückgehalten. Jetzt ist er fast down. Schon weg war er. Sie haben also den Iceman kaltgestellt, hä? War das Ihre gute Tat für heute oder wollen Sie nur Ihre Konkurrenz ausschalten? Antworten Sie nicht. Wie komme ich da runter? Ich bin aber rüber gesprungen. Ach, da gehen wir drüber runter. Stufe 23. Ah, noch nicht ganz, mir fehlt noch ein klein wenig was. Da war ja noch was. So, jetzt muss ich jetzt mein ganzes Lut einsammeln. Da vorne ist aber was grünes. Und ich finde ich auch nochmal blau. Ja, blau liegt hier rum im grünen. Da vorne stehen noch ein paar Jungs. Ein von immer die Kämmer. Pulsieren gleich mal her. Ja, so ihr Puls. Eine grüne Kiste ist hier auch noch. So, wo genauer ist denn der? Ist da noch einer oder waren die alle? Ne, das war einer. So, das war's jetzt aber. Wo ist die Kiste? Dann haben wir sie alle gewischt. Wir haben das weiter zwischen den Autos. Ne, hier drüben. Hierher müsste die stehen. Ah, hier. Dann haben wir noch einen Teflon. Rpk-74M. M4-Light-Version. Oh, schöne Woche. Das ist schön. Da wollte ich doch gar nicht rauf. Dann würde ich hier zack. Guck mal da wo die Jungs rauskommen. Ob da noch was gemäßig drin ist. Die Lies Control Department schließlich mithalten. Die Lies Control Department schließlich mithalten. Beerschreckend. Der Erreger. Auch sprachen. Ich hab' ich erst damals beim zweiten Char so richtig mitgeschnitten, dass die hier drinne Gras anbauen. Äh, echt? Ne, die Plantage, man. Echt, würd ich sehen. Die Ente ist ne blaue Kiste. Bleibst du ja irgendwann halt total betriebsblind durch, weißt du das. Blaue Kiste. Nimmst du eigentlich die schöne Spielwelt gar nicht mehr wahr. Oh, ne Sokom M1A in blau. Geil. SRS A1 in blau. Screenshot. Gleich mal getauscht. Doppelläufige Schrotflette. Warst du das nicht auch schon letzte Session? Ne, das war Antwort. Ne, das war Antwort. Ne, das war Antwort mit der Schluck. Ja, ja. Ah, ich wusste, dass es eigentlich noch war. So, ich markier mal als nächster. Und ich muss noch schnell umbauen. Ja, komm mal her. Freutzt du mal Heilung, gell? Ja, wär nicht schlecht, wenn du was hast. Ja, hörst du was? Drin ist ne ganze Plantage eh noch. Ja. Hast du mal was grültes? Ja, hast du mal was für mich? Werdo. Ja, das war echt geil gemacht. Ja. Also die schaut schon cool aus. So. Wir können weiter. Ja. 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 So, jetzt sind einfach bloß ein paar Pflanzen da hingeknallt, ne? Ja, ja. Vor-Ort-Konsum. So, ja echt ein neues gemachter. Das ist echt cool. Hey, guck mal einen Bonbon finden. Genau. Ja. Eine gleich zu vor. Toast. Hab ich gefunden. Ne, einen Toast hab ich gefunden und einen Mixer. Äh, immerhin. Äh, so. Ja, was steht das nächstes an? JTF Nachschub. JTF Nachschub. Äh, okay. Wieder mal. Ja, hatten wir ja noch nicht. Dreh ihn. Wenn ihm an den Genuss kommt einer, äh, relativ vernünftigen, äh, Submaschinengang, kann ich eigentlich die Vector und die, äh, MP5 Navy Version eigentlich wärmst empfehlen. Ganz gut soll die AUG auch sein. Oder eine der besten sogar. Weil ich mit der AUG spielt nicht so gerne mache. Nichts meins. Ne, im Ennok-Uhr ist doch in der gestrigen Session, äh, ne AUG. Boah, ich lauf erst hin, ich hab euch noch nicht mal beschossen. Man schießt hier schon auf mich, ihr Pelle. Halt auf! Empfange JTF-Furksprüche! Beschuss durch leichte Waffen! Unterbeschuss! Schwindere haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns! Bitte komm! Signale Verfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Die sind mir einfach so vor die Kanone gelaufen, ich kann nix dafür. Ich kann nix dafür, ey. Kann nix dafür, ey. Wo müssen wir denn hin, darüber? Ne, jetzt erst mal noch was Grünes. Was? Achso, deswegen bis rein gelaufen. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hin. Ne, ne, das ist Hot-Brust-Spider-Haus. Hier war da jetzt gar nix. Kevin hat da was Grünes. Oh, da ist aber was Grünes. Das ist Schimmel, nimm die Finger davon. Schimmel. Mh, das sehe ich schon. Kommen Sie, Mann! Oh, die haben sich schon angegriffen. Die sind schon auf mich, die Pissnelken. Da fährt mich schon. Da fährt mich schon. Da fährt mich schon. Da fährt mich schon weiter. Wann kam er denn an, geflogen? Warnung! Feindkraft näher an sich! Da kommen noch mehr! Da ist Mars! Die sind außer Kontrolle! Was macht er gerade wieder? so ja hab ich auch gerade gemacht ha 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 der ist in dem baum der anderen hat sich in dem container versteckt, der ist jetzt schon weg Feindkraft näher an sich andere Seite und die JTF-Nasenaufgang genau vor die Flinte Ein vor, Brunari ja komm hoch dann machen wir das auch eher schnell da hat noch jemand auf mich geschossen wer schießt denn da noch irgendjemand schießt da noch da da hinten ganz hinten haben die einen Sniper da noch oder was ne ne das sind mehrere das ist ein Waffenhandel ne das ist nicht der Waffenhandel der Waffenhandel ist weiter links ja lass doch mal hier Ben ist dabei dann kriegen sie halt Ärger ne oh wer hämmert denn da wieder auf der Tastatur rum echt das ist Kevin das ist Kevin ich kenn's auch nicht Kevin du sehn der die mir das passen muss jeweils na war's das schon ob der rüber da ist noch einer hier ist noch in Einsatz recht wo war gut darauf kann ich jetzt verzichten enden und nicht schießen auf die Jungs da vorne schnitt alles hier ist noch eine Kiste hier ist noch eine Kiste eine grüne in dem Haus einer oder komm raus ja genau ja sofort wir hatten einen übersehen ja ok Level 22 hab ich das schon erwähnt Level 21 hab ich das schon erwähnt nein aber da ist noch hier und im Nachbaraum ist eine Kiste zum anfang drüfen ja ein vorbeidert schon wieder rum ja die haben mich angegriffen ich hab mich hier versteckt weil ihr ein bisschen da seid da kann wieder mal nichts flasen ich habe hier nur gesessen und hab in Ruhe mal hin mit Torben geführt da kamen die Jungs hier für immer ein gewackelt komm noch mehr komm noch mehr Ware lokalisiert Lade Koordinaten hoch von links kommt noch welcher von links kommen noch mal vier Leute da ist noch ein Sniper dabei oh Alter du blöde Fotze das tat weh ein Agent in ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe komm her ja ja bin schon dabei bin schon dabei ich hab den Sniper auf dem ich den so schön vormassiert hab nur weil ich nachleihen musste auf dem ich dich das hab aber wie viel verdreckt und der ja ja die Jungs sind hier schon die stecken da schon verdreckt fuck alter weg so du bist hier ich lass mich aber neben dir durch die nicht nur blau siehst du blau ja ich hab auch irgendwo hübsen will alter grünes loot vergessen oder liegen lassen aber das ist mir jetzt auch egal ich hab hier irgendwie nur grün so was ist das diesmal und da muss man nur verteidigen müssen wir nicht machen ich mach JTF Verstärkung angefordert was ist denn das? Warnung, Gegner nähern sich ich bin Jungs die Typen an der Kiste wegschießen Alarm, Verbündeter Division Agent getracht Ich kann nicht Naja du nicht, dich nehm ich gerade auf Kevin macht's im Faustkampf Ja sicher Wo ist dieser Scharfschutz verdammt? Gute Frage, ah ich seh sie Ich hol mal schnell die Tuse weg Ihr kommt ja so lange alleine glaube ich Jaja Einen am LKB vorne hab ich So, ne Schaufschutz, wie sieht man los? So, ne Schaufschutz, wie sieht man los? Gut den hab ich auch Wieder blauen Loot Warnung, Feindkräfte nähern sich Das ist einfach nur ein weißer Loot Was ich drauf Alarm, Besprechvorrichtung wurde entdeckt Und wo kommen die? Andere Jetzt hab ich blauen Loot gesehen Da ist schon wieder ein Scharfschutz dabei Boah ey, die kommen von allen Seiten Jaja, stimmt Ist aber langsendiger, wo ich mich ja noch hinsetzen soll Um mal in Ruhe ein bisschen schießen zu können Ja, das ist Boah, als wäre ich von der anderen Seite wieder beschossen Fack, 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 ich muss sagen, dann Ich komm jetzt schnell Leg nicht hin Aber ich glaub, Endo könnte vielleicht ein wenig hintergebrauchen, ne? Ja Ich hoffe auf, dass er genau an die Gäste rankommt Ja Dieser hat den hier schafft Der geht mir so auf die Gäste Warte einer Schütz dich mal bitte einer Danke Wir haben ganz schöne Kraftausdrücke, du Warnung, Feindkräfte nähern sich Wo siehst du Kraftausdrücke? Alarm, Besprechvorrichtung wurde entdeckt Bitte? Ich hab doch gesagt, ihr Wichser Achtung mal, die Gegner Ja, ja Von welcher Seite kommen die denn jetzt? Anto, wenn du siehst Ist von der irgendwo beschossen wird, ist nicht woher? Da hinten ist immer noch eine Hier sind noch viele bei mir Anto Ah, dann erklär ich den Umwenden siehst du, ich hab nicht gesehen Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Okay Oh Fuck Den hab ich auch Den hab ich auch Den hab ich auch Das ist wieder soweit Was denn? Folgen für Päuschen Ich hab Lila Loot Was? Ich hab Lila Loot So Was? Schnauze jetzt Lila Loot Er schießt ihn Ruhe jetzt, Folgenpause Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Macht's gut, ciao Lila Loot Tschüss Tschüss